Pädagogisches Hallo und herzlich Willkommen hier in der Pädagogenzentrale. Wir spielen heute eine Runde Lucky Sky Wars und mit dabei ist der fette Nick. Äh. Doch. Nein. Und dranbleiben lohnt sich, denn vielleicht gibt es noch was zu gewinnen. Bis gleich. Du schüttelst den Kopf? Ich meine natürlich. So, lieber Nick, bist du soweit zu gewinnen? Ich gehe nach oben, du nach unten. So wie sonst auch immer. Ja. Oh. Oh, hei Nebelnick. Tschüss. Boot MLG. Wer? Ja, der hat vergessen sein Boot zu setzen. Oh. Das ist nicht empfehlenswert. Nein, nein, nein. Because he is now tot. Oh, Lucky Schwert. Gut. Wuhu. Hier ist ein Schneemann, ist der nett? Ein bisschen. Oh, noch mehr Lucky Blöcke. Verloten, verloten. Okay. Ja, die Erregen. Ich glaube, bei dir hackt's. Ich glaube, ich öffne auch mal deine. Ne, die sind leer. Die, 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 die. Die, die, die. So. 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 Also, Thomas. Ja. Ich möchte jetzt nicht, dass du jetzt hinsiehst, was ich jetzt gerade esse, okay? Du isst einen Apfel. Sag, geht's dir noch so gut? Ich hab keinen Apfel, du hast keine Beweise. Okay. Da oben ist jemand. Hey. Wir faggetten hier. Frecken wir weg. Weitere MLG Power. Okay. Ja, die kriegen wir easy. Das war FK. Boah. Bro. Bro. Wow, Sachen. Weg, weg. Weg, mein Stuff. Als ob du jetzt alles eingesammelt hast, was gut ist. Ja, komm, ich geb dir auch was. Wow. Ein Block. What the fuck? Da ist sogar einer. Hi, Kiwi. Tschüss, Kiwi. Tschüss, Kiwi. Hi. Ah, er fällt. So, Team Grün wurde weggereckt. Wann der Nickel und Wann... Radio. Oh. Töten! So, jetzt. Nick, guck mal, ich hab hier was für dich. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, die behalte ich. Das hier, das hier, das hier... Die behalte ich. Und das hier und das hier hast du. Okay, gut, das heißt, ich muss jetzt alles aussortieren, was ich nicht brauche und was wohl. Ja, und, äh, am besten sollten wir jetzt mal gucken, dass wir in die Mitte laufen. Warum? Ja, weil wir gut sind. Aufnahmeversuch nochmal. 537. Ja. 423. Ja, okay. Wir bauen jetzt hier kaum schon Targeting. Komm, hier, wir sind doch Lucky Race, äh... Äh, nee, warte, Lucky Skywars. Ja, Nick, also du musst, du darfst die Spielmodi nicht durcheinander bringen, das funktioniert so nicht. Wie heißt du nochmal? Ich, äh, ich glaub, der Nickel. Ah, nee, dann wär's ja schön. Oh, 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 oh. Ich hab ne Enderperle, soll ich die da hinten alle beide wegrecken? Äh, ich hab Schneebälle. Boah, Schneebälle. Ah. Oh, geil. Überleg grad echt, ob ich die beiden da irgendwie mal so überraschen soll, so ein bisschen Stimmung sorgen soll. Soll ich machen? Ich hab den... Na... Guck mal, die Chance ist so schön. Soll ich machen? Okay, warte, die springen jetzt beide. Doch, ich mach's jetzt, Yolo. Die springen wahrscheinlich jetzt beide in den Tod. Wir schauen Nick zu, wie er jetzt selbst in den Tod springt. Oh, Nick, stirbst du? Stirbst du? Nein! Der eine hat nur noch andere da wärts. Ich wusste es. Ich wusste es. Jetzt muss ich die Scheiße auch noch allein machen, ja? Das... Nee, 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 nee. Du schaffst das schon. Thomas, ich motivier dich. Komm. Okay. Thomas? Thomas, Land, PvP. Mann nehme. So, Thomas. Wir machen das Ganze jetzt so. Ich stimme einen Song an, du singst mit. Äh, wo denn der andere? Das Ganze... Ja! So, was brauchen wir hier von alles denn eigentlich? Ich würde sagen, nö, nö. Nö, nö, nö. Da will ich euch vorstellen, Kampfschlumpfpädagoge. Döp, 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 döp. Ich hätte so immer die Schneebälle behalten. Also, die Luft ist rein. Dein Gegner ist fast full-unlucky. Echt? Oh, da ist... Warte mal, da ist auch so ein Zauber. Der hat sich hinter Werkbänken eingebaut. Nein! Der hat... Der hat... Und hat jetzt gewonnen. Er versucht, einen Bedrock abzubauen. Was will der machen? Der will Bedrock abbauen. Ja! Easy! Das schaffst du! Wow, das war ein richtig geiler Move gerade. So, jetzt hauen wir uns nochmal so eine leckere, goldene Karotte rein. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt gehst du ihn durch die Tür. Äh, soll ich eine Tür mitnehmen? Fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt kommt der Pädagoge mit seiner Wacht. So. 19, 11, 12, geh ins Bett. Nein. Komm, jetzt hier. Jetzt bau dich rüber, nach vorne. Ganz, ja, Moment. Ich sage, in drei Blöcken rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Okay. Bitte umdrehen. Wenn möglich, bitte wenden. Schön ausholen. Achtung, Ampelschaltung beachten. Okay, wenn du irgendwann mal einen Führerschein machen solltest. Schulterbeleg, Thomas. Oh. Hä? Kommt der her? Herbert, tschüss. Warte, Lehrer. So, und jetzt? Jetzt gehen wir nach unten. Halt. Halt. Der hat... Ey. Was soll denn das? Der baut sich hoch. Der kommt jetzt von der Reitzeit. Now go nach unten and then you hauen. Oh, wow. Oh. It was so. Arrivederci, Kollege. Ichi. So, und jetzt gehen wir noch gemeinsam zum Gewinnspiel. Gewinnspiel. Wir sehen uns gleich wieder. Um bei dem Gewinnspiel mitmachen zu können, müsst ihr folgendes eingeben. Ihr gebt ein Slash BS. Also für Bauserber. Joint auf den Bauserber. Der Nick wird es jetzt vormachen. Nick, gib mal bitte ein Slash BS für den Bauserber. Hab ich gemacht, Mama. Und dann gibst du bitte ein Slash Plot TP der Pädagoge und landet hier auf diesem großen Vierer-Plot-Grundstück. Und folgendes wird passieren. Ihr habt hier die Möglichkeit, einmal wie ein Monat VIP Plus zu gewinnen und einmal 10.000 Coins. Wie ihr die gewinnen könnt, werde ich jetzt kurz mit Nick demonstrieren. Nick, komm mal bitte zu dem Dust-Kino-Schild. So, lieber Nick. Und zwar folgendes. Wir werden die Köpfe jetzt nicht öffnen. Die sollen geschlossen bleiben. Denn folgendes. In diesen Köpfen ist in irgendeiner Reihenfolge ein Code versteckt, mit dem ihr VIP Plus für einen Monat gewinnen könnt. Finde den Code, gebt ihn richtig ein bei DustMC Slash Promo. Und ihr habt in einem Monat VIP Plus. Einen zweiten Code habe ich ebenfalls noch verstecken lassen. Der wird irgendwo zwischen diesem und diesem Platz sein. Übrigens, Kula Pädagoge. Und was macht er? Er sitzt auf dem Klo. Okay, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Gewinnspiel. Nick, vielen Dank für die Aufnahme. 10 Euro. Niemals. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.